ja genau macht das mal so äh du benutzt kommst du ja ich weiß aber nur da wo man es nicht sieht erdblock da kommt ja dann muss dann nicht eine Eisschicht drüber Nene die kommen dann die kommt auf den Stein drauf also sieht man zwar jetzt eigentlich nicht aber ich überhaupt keine Ahnung Toastbusters Keksbusters wird hier hinten auch mal ne Fackelsicherheitshalber hin mal nicht dass das bohnt ja das bohnt sowieso nix auf Eis also ich hab noch unten zwei Closedown rein weil Closedown bringt Eis nicht zum Schmelzen hoffe ich mal also in meiner Eimler in meiner Ding ist noch nix passiert in meiner Alphawelt also von dem her sonst haben wir ein Wasserpülllager ja das geht eigentlich also das heißt wir brauchen jetzt halt jede Menge Eis das heißt wir müssen in Tundra Gebiet rein das heißt ich muss erstmal scheiß Inventar leer räumen ja müsste ich auch mal ich hab nur so scheiß dran ja was man nicht brauchen fliegt weg ach hier ist ja genug Platz Erde 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 Glas Glas Stein Pflaster Stein Eisen Sand Glowstone brauchen wir alles nicht ich wolle mache ich auch mal rein ok dann habe ich eigentlich so ziemlich wieder Platz dem Leben den haue ich mal jetzt gleich in den Ofen rein hier ist noch ein ne das genau so wie dieses Eisenerz hier ich nehme mal bisschen Essen mit ne ja ja hab ich zwei Äpfel ja ich hab noch 21 Steaks Dinger mitgenommen lalalala wieso wo hab ich denn das reingepfeffert hier rein ne genau und hier haben wir auch nochmal Stein ich will auch EP so da haue ich mal die drei Eisenerz kurz hier rein das verbrenne ich mit Holz da ist mir das eine Kohle zu schade für drei Eisenerz wir müssen ja sparsam umgehen wir haben viel zu wenig Kohle wir haben nur eine ganze Kiste voll ah noch ein Level komm jetzt hier ist ein Blumentopf auf dem Crafting Table ja ja das geht aber ohne Blume die verbrennt die verbrennt die verbrennt die verbrennt die verbrennt die verbrennt Tobias Domi äh 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 die kommt aus dem Konzept hier ich weiß nicht mehr also also was ist jetzt verbrannt die Blume ja wie die ist verbrannt du bist doch gar nicht meiner Schmiede oder nicht also ja ja die ist verbrannt wie denn die ist verbrannt die ist so heiß da ist verbrannt halt jetzt ohne Scheiß ja nö da ist halt keine drin die ist halt verbrannt also achso da soll keine drin sein weil die dann in einfach so verbrannt sein soll ja achso deswegen hat er keine rein weil du nicht wusstest wo du hin tun solltest und schon wieder geht ein Tag in Minecraft vorbei oh und wieder ist dein Tag vorbei was waren wir hier eigentlich was waren wir hier eigentlich das ist dein Haus so kannst du dich häuslich einrichten ich schlafe mal kurz dann geh mal auf Eispirsch ich glaube wir waren warte 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 mir fällt grad ein ich muss mir nochmal doch Marcel will ausmachen ich bin so gedacht eigentlich Anfang EIR hat sich das zu genes dachte normalerweise er könnte man noch eine halbe stunde machen 902 stunden voll dann wäre es mir recht wenn ich wieder schönen folgen hochladen also nun oder wir übernehmen morgen wieder auf ja oder auch mal man hat mir noch mal ein bisschen geben nur wie viel brauchst du 3 um 4 die warte hier zwölf stück ach da nimm alles das ist ja zu dumm ich baue zwölf stück da die wahl so tür auf aber du sollst die tür auf machen mach die tür auf ne ich bräuchte ich hab nicht eingeholt 18 dinger hätte ich gebraucht ne für was denn spitzhacken vorrat spitzhacken vorrat du weißt schon dass du ne behutsamkeit dafür brauchst trotzdem man braucht immer spitzhacken ok wo bist du jetzt sein hier ne 30 ich bin raus zur festung ne ja ich bin hinter dir so schön die tür zu machen ach scheiße geht hier nicht aber und die tür zu weil das spiel hängt gerade da muss die welt laden hier muss die welt laden ja das ist halt die schöne die schöne java mehr oder weniger engine ich sag immer mehr oder weniger ich sag absichtlich mehr oder weniger weil es keine richtige engine ist was was ist das java ist keine richtige engine äh minecraft ist gerade irgendwie abgestimmt achso na ne eigentlich nicht ja bei mir war es kurz vom sterben bei mir bist du aber noch drin was jetzt bist du weg das nirgendwo die europäische die tom mit api oder diese intended view nur wenn ich vorstelle ab oder was eigentlich ja nicht es verträgt sich nicht mit optifien wenn du nur mod loader drin hast das weiß ich aber sonst aber es geht nicht ich schütze ja ab ich hab grad drauf gedrückt dann bis hm komisch da hinten ist ne tundra als hix gewusst und da haben wir auch direkt eis ja das müsstest du denn abholen die geld das machen wir hier nicht weil sonst ist das ist das wasser hier kaputt wir suchen mal uns einen kleinen da hinten ich hab mir das sah nur so aus geht das eigentlich auch wenn wir jetzt im doch kam und da wasser rein machen ja das gefriert irgendwann aber ich wollte mich so lang das sind ja jetzt schon ein eis sie irgendwo hier so ein eis sie geben gibt es in jeder und zwei schärfen wird sagen wir teilen uns auf warte da hinten ist doch erst kevin wasser was soll man auf dem schwert drauf haben ähm also meiner meinung nach plünderung und schärfe aber hauptsächlich schärfe kevin guck mal hier hinten ist bisschen was und da vorne auch aber ich will das wasser hier nicht kaputt machen weißt du dann ist das wasser hier kaputt das ist dann scheiße warte dann guck ich mal weiter wie groß geht denn eigentlich schärfe bis vier eigentlich ja ne bis vier eigentlich nur ja mach mal kurz das skelettblatt ich brauch was zum mümeln warte mal warte mir fällt grad was ein hier ist ein hund werden soll noch ein ja aber nur ein und nur schweiß Herrscherlitz Rückschluss Schärfe 4 also Rückschluss 2 und Schärfe 4 und Verbrennung 2 es geht hier ist noch ein Wolf Domi ja ich hatte ich habe keine Knochen um wir heute ja mal Hunde bis ich sie in die Luft gesprengt habe ja die Haltung der Schärfe drauf weil er mich einmal geschlagen hat sind die Hunde gleich auf den Druck ey guck mal wie episch das da hinten aussieht dreh dich mal um ich weiß ich suche eigentlich jetzt nur ein Eissee ich bin ja sehr zielstrebig wie man weiß nicht so wie Gronkh der sich von jedem Scheißdreck ablenken lässt der alte Johann Jan ist sicher hier ist nix eingefroren aber mir jetzt egal das reicht zwar nicht aber noch besser wie nix würde ich sagen wo bist du denn bitte Lange? Ach da hinten bist du wir bräuchten so einen ganzen Fluss im Tundradgebiet da mach ich auch nur das Wasser kaputt ist auch scheiße dann nehme ich jetzt Schärfe Schärfe 3 Plünderung 3 ne ich hab sogar Schärfe 4 ne ja ja kannst du machen da mal ich hab hier noch naja muss ich auch Schärfe 4 rückschluss 2 Plünderung 3 ne ne ich hab' ich freigesetzt Tatsache also ein klein Seeh habe ich noch gefunden der ist ungefähr so wie der andere ja du musst dafür du musst dafür mal ford benutzen er geht ja nicht wenn ich alles wieder umdrehen die einzeln geht ja nicht abgestützt bei mir da einfach nichts angezeigt also ich habe jetzt schärfe 4 rückschütz 2 plünderung 3 aber jetzt muss erst mal ein anderes diamantschwerter noch weg das ist hier alles wasser kaputt da können wir irgendwann mal erde rein stüpfen oder wir lassen es weil wir eh nie wieder herkommen das können wir machen wie der backstatter schmied und der hat es gemacht wie er gewöhnt hat der achsenmörder ist hinter dir achsenmörder ich höre dich schon muss keine angst haben wo hast du gesagt dann warte nee komm mal mit nach hier im wald sich zu orientieren das ist nicht leicht hier ist es hier ist wieder braune wolle ja das ich habe ja gesagt das ist auch nicht viel drei schnitt 34 habe ich dort muss noch ein reich mit mir ist mir ja mein hund wenn ich den jetzt schlage wird nämlich die ganze zeit an was noch ein hund nicht sitzen stehen musst du ich bin ich teleponierbar ist sonst jetzt gleich ab da ist noch ein Mund ich will den Hunde haben komm Kevin Bill geh mal hier über mich zu hören gib mir auch immer ein paar Knochen ich will auch ein hundi immer da ist dann alle weg denn mir Egal wir haben zuhause Ich hab noch 5 dahin ist noch einer Ne ist ein Schaf Ne ist ein Schwein Dann teleportiere ich mich halt schnell nach Hause Es geht ja alles Wollte ich eigentlich nicht mehr machen Aber es mir zu gehen Ja und dann wenn ich wieder welche finde So ich nehme mal einfach so ein Stick mit Hier ist einer Komm her Ja warte Ich brauche nur blaue Farbe Damit ich die Farben kann Was war denn das jetzt Hä bin ich bescheuert Wo sind wir eigentlich Ich weiß schon wie wir die Folge nennen Hunde zücht Hunde züchtung Hundeknechte Aber das sieht sogar sehr sehr schön aus Ein bisschen grün Wer schimmert da noch raus Nur sonst Ja wo ist denn Marcel jetzt hin Da stehe ich zu mir Da ist der Hund Oh hier ist ein Hier ist ein Schankwack Scheiße Über die nicht noch zu mir Ja ja Wir wollen erstmal Hunde suchen Da ist ein Hund Da ist ein Hund Da ist ein Hund Da ist ein Hund Hundi Komm her Jetzt haut der ab Bei dir ist er auch ruhig Meine werden blau Alter der hat jetzt hat Alter der hat 64 64 auf 57 Knochen hat er gefressen Look specht So Hundi kommt mit Der kommt ja immer mit Ja Der teleportiert sich sogar irgendwann zu dir Dann renne ich mal nach Hause Wo ist denn die nach Hause In den Berg kenne ich auch irgendwo her Warte mal ich mach mal nochmal Slash back Komm nicht mit So weit Okay ich glaube das ist die falsche Seite Ich habe jetzt auch einen Hund Ja alle Hunde Ich habe drei Katzen Drei Hunde Das passt doch Kommt jetzt wirklich nicht mit Nein Doch der kommt immer mit Nur wenn er sich so weit entfernt Das ist dann nicht Doch der ist mitgekommen